Die Tränen kullerten wie wild die Spreefüchse Berlin verabschieden sich mit ihrem letzten Spiel in dieser Saison. Leider mit einer Niederlage von 24 zu 28 gegen die Damen des VfL Weiblingen. Wir wussten, dass die in der Tabelle vor uns stehen. Aber wir wussten auch, dass wir definitiv eine Chance gegen die haben. Und deswegen haben wir auch eigentlich alles ins Spiel reingeworfen in die Watschale. Alles gegeben, doch am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Wie bitter. Mit den Damen aus Weiblingen sind einige gute Spielerinnen in die Hauptstadt mitgereist. Das konnte man sehen. Unter anderem auch Hanna Hoytschick mit der Nummer 22. Sie ist Rückraumspielerin und traf am Samstag ganze neun Mal. Wir sind eigentlich, finde ich, ganz gut ins Spiel gestartet. Haben eigentlich den Matchplan umgesetzt. Waren auch zeitweise echt gut vorne. Haben unseren Vorsprung herausgekämpft. In der ersten Halbzeit lief es tatsächlich gut für die Spreefüchse. Auch für Simona Kolosowé die Nummer 2 der Damen in grün. Acht ganze Tore gingen auf ihr Konto. Auch als 7-Meter-Schützin war auf sie wiederverlass mit einer Quote von 6 von 7. Auf Angriff ging auch sie hier, die Nummer 10 der Spreefüchse Anna Blödorn, die hier ihr Team schon seit neun Jahren unterstützt konnte. Am letzten Spieltag mit immerhin vier Toren glänzen. Mit einem Zwischenstand von 14 zu 14, also sehr hoffnungsvoll, ging es dann in die Pause. In der ersten Halbzeit sind wir hinten in der Abwehr eigentlich ziemlich gut gestanden. Bis auf, wir mussten uns erstmal einstellen, dass wir den Kreis besser unter Kontrolle haben. Und vorne haben wir eigentlich, ja, unser Ding gespielt. Nur die einfachen Tore von 6-Meter leider nicht reingemacht. In der zweiten Hälfte sollte sich aber alles ändern. Die Berlinerinnen machten immer wieder Fehler und die häuften sich dann auch. Und natürlich konnten die Gäste davon profitieren. Tina Welter mit der Nummer 93 machte mächtig Druck. Sie traf in der gesamten Saison schon 88 Mal, also musste auf sie besonders aufgepasst werden. Trotz der Gegentore der Baden-Württembergerinnen konnte aber auch die Torhüterin der Spreefüchse stolz auf ihre Leistung sein. Denn wenn die Defensive mal nicht ausreichte, war häufig, ja, häufig auf Natascha Fassgold verlass. Das trotz allen letzten Bemühungen mussten sich die Spreefüchse dann aber doch geschlagen geben mit 24 zu 28. Ich bin den Spreefüchsen extrem dankbar. Ich habe hier immer viel spielen dürfen, habe immer viel Verantwortung bekommen und auch das Vertrauen. Nicht nur, dass diese Saison zu Ende geht, nein, auch sechs Spielerinnen verlassen die Mannschaft, um neue eigene Wege zu gehen. Und auch der Trainer wird die Spreefüchse Berlin in der Saison 2019-2020 nicht mehr trainieren. Ich freue mich sehr, das Team zu trainieren und mit den Mädchen zu sein. Es ist eine fantastische Stadt, um zu leben und zu arbeiten. Wir haben eine sehr gute Erfahrung in meinem Leben gemacht. Wir könnten es besser gemacht haben während der Saison. Wir haben die letzten sieben Spiele gewonnen. Ich glaube, wir könnten sie sieben Spiele gewonnen haben. Aber es war gut, dass alle spielen. Ich glaube, dass alle in der Saison ein bisschen größer geworden sind und ich bin sehr glücklich, dass wir diese Erfahrung haben. Die alte Saison ist Geschichte, die neue steht aber schon vor der Tür. Und wir von Hauptstadt Sport TV sind mächtig gespannt auf die neue Saison mit dann hoffentlich wieder erfolgreicheren Spielen für die Spreefüchse Berlin.